Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7days. Wir haben uns gefunden. Leute, wir haben uns gefunden. Flaky versucht den Zombie zu töten. Jolle, schaut schon in was hinein, was ich entdeckt habe. Wir haben eine Höhle. Eine Höhle. Ja, das ist meine Höhle. Lass mich da rein. Oh Gott, Vorsicht, Zombie von links, äh von rechts. Also ich bin auch gestorben bei meinem Gebiet gerade eben und war dann bei euch so ungefähr. Das ist ja ein richtig fetter Nebel hier, ne? Von hinten auch, von hinten. Von hinten? Hab ihn. Ja, da wartet er auch eher noch rum hier. Ich bin dafür, wir gehen jetzt in die Höhle. Genau, ab in die Höhle, ab in die Höhle, bevor hier draußen noch mehr halten. Guck mal. Hier, 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 hier liegt ein Ö. Ja, mach mal, ich mach den weg. Pass auf, das, 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 das... Oh, da kommen welche nach. Ich lass das. Ja, dann komm rein. Lauf, lauf. Ja. Wie, wie, wie groß sind diese Höhlen-Systeme? Die können ganz schön groß werden. Das ist ja genial. Das ist ja der Hammer. Die hängen hier an der Wand. Das ist ein Stein. Da lag Miet. Achtung. Ich sag schon mal, Schüss, äh, Schüss-Tages-Licht, ja. Schüss-Tages-Licht. Ja, nimm dir ne Fackel hier. Da geht's weiter und... Oh, 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 oh. Äh, mh, äh, äh, Leute, ich hab nichts. Ja, in den Höhlen. Hier, er brennt, er brennt. Weg, 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 er brennt. Na, ich... Lass ihn, lass ihn ausbrennen. Lass ihn ausbrennen. Hat ja was. Da, da war noch einer. Vorsicht, da war noch irgendwo noch einer. Ja, ja. Wo ist denn der hin? Der ist wieder draußen auf der anderen Seite. Der, der muss hier noch irgendwo... Hier geht's an und da geht's weiter. Hier geht's wieder. Sag mal, hallo, was ist denn das? Hier geht's nicht raus, das ist eine Riesen-Kawärme. Ach, die Scheiße. Oh, guck mal, ein Mushroom. Ähm, ähm, äh, guck dir das an. Noch. Leggy! Leggy, bei mir. Ja, ich komm gleich, da ist ein... Guck dir das an. Komm, ja, gleich. Bin ja gleich laut. Holter! Geil. Hohohohoho. Leggy, schau dir das an, wie scheiße groß das Ding ist. Geil. Okay, wir haben... Wir haben ein Höhlensystem gefunden. Guck mal, der kommt doch... Ja? Wollen wir uns hier ein... äh, einnisten? Mal ganz ehrlich. Ja, ja, definitiv. Ja, definitiv. Wir müssen nur alle Zugänge dicht machen, weil... Ja. Sonst gibt's hier oft die Nuss. Ein bisschen Holz hab ich übrigens schon. Ich kann diese Frames machen, wenn wir wollen. Du weißt? Ja, wir müssen ja jetzt irgendwie mal eine Grundlage erst mal schaffen. Ich mach grad noch mal ein bisschen Stoff für, ähm, Bedroats. Wir haben eine Höhle... Wie hieß dieser Film, wo die in diese Höhle sind und dann von Monstern gefressen wurden? Ähm, diese Frauengruppe? Ja, unter anderem. Das ist dieser, äh, dieser, der als Horror deklariert wird. Da war der ja gar nicht so schlimm. Hat denn, hat nur einer von euch noch fünf Stoff? Ähm, ja, ich glaube, ich hab noch Stoff. Krass, sehr schön. Ja, hab ich. Sehr schön. Achso, hier, warte. Ich schmeiß raus. Da. Was hieß nochmal Schlafsack? Ich mach grad welche, Flaggy. Sleeping back. Sleeping back. Hier in so einer, in so einer Denkerpose. Cool. Das ist ja der Hammer hier. Ich hab acht Footframes. Also, immerhin. Und hier hinten geht das noch weiter. Los, komm, wir gucken uns das jetzt mal an hier. Ist ja Wahnsinn. Hier, haben wir noch von euch einen Schlafsack? Der Burner. Schlafsack. Ja. Nimm du auf? Dann legen wir die hier in die Höhle. Danke. Ja, erstmal, hm. Dass wir erstmal was haben. Oh Gott, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Warte mal, jetzt hab ich mein... Ist auch egal. Ist ja wurscht. Einfach irgendwo hinlegen, oder? Was ist denn das für Metalle hier? Also, für mich erscheint das hier alles golden, aber ich glaube, es ist Eisen. Ja, da hinten sieht man's ein bisschen besser. Komm, Flaggy, kommst du mit? Ja, ich hab meine Fackel verloren. Du hast einen richtigen Knackarsch, weißt du was? Ja. Also, hier ist nichts weiter, hier ist es Sacke. Hier oben ist auch... Was aber ganz gut ist, wenn man nicht zu viele... Guck mal, hier oben geht's ja auch lang. Wo denn? Hier, wo ich rein bin. Wartet, ich hab kein Licht, wartet! Belassen mich nicht alleine! Äh, ich muss sagen, darf ich rennen mit zwei Halbmarken durch? Ja, das war... Ja, das stimmt. Ja, das geführt wieder zu unserem... zu unserer Haupt... ähm... Ja, ja. Schon richtig. Ach, das... das ist so cool! Ich freu mich auf einen cooler Harkings hier. Ich auch! Das ist voll geil! Okay, wir haben also nur... Wir haben nur einen Zugang, sehe ich das richtig? Ja. Ein... ja, einen Zugang und mehrere ähm... gewundene Gänge. Hm? Okay. Also, ich hab acht Rootframes, die könnte ich ja da schon mal einfach so platzieren. Ja, wir müssen ja jetzt trotzdem noch raus, wir müssen ja weiterhin Holz sammeln, so wie, ähm... damit wir Kisten machen können und alles, also... Okay. Ja, dann müssen wir das jetzt machen. Dann gehen wir jetzt hoch. Wir haben ja unsere Schlafsäcke hier. Flecky, kommst du? Ja, wartet! Nein, lass mich hier nicht allein! Ich will mitkommen! Oh, klein Flecky! Ach, komm mit, Fleck! Wo zum... Könnt ihr mal wieder zurückkommen? Ich seh nix hier drin! Fleck, Haupthöhle! Hier, komm! Ah! Da! Meine Güte! Du hast doch ne Fackel! Nein, die hab ich beim... Als ich verreckt bin, hab ich die verloren. Ach so! Aber was hältst du denn da in der Hand? Das ist doch ne Fackel! Das ist ne Keule! Ne, das ist ne Keule! Keulchen! Wir haben eine Höhle gefunden! Das ist voll cool hier! Was war das? Aha! Jenny, Jenny geht raus und stirbt! Also ich weiß ja nicht, was ich da jetzt von halten soll! Boah! Schnell weg hier! Tatsache, hier liegt's ja... Warum? Woran? Was ist denn passiert? Hier sind gar keine Zombies in der Nähe! Was ist denn? Magst du mich jetzt? Wenn ich das wüsste, ne? Jetzt ist es dunkel! Ach hier! Doch, 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 doch! Da liegt ein Krabbler im Stein drinnen! Da guckt nur der Tinterteil raus! Oh! Hart! Mach ihn fertig, Fleck! Ich hau auf ihn drauf! Ich hab auch ein Keulchen! Ne, doch nicht! Hab ich verloren! Ah! Der macht mich heute wahnsinnig! Das war ja dreckig! Gib mir den! Mit Bäumen ist das hier ein bisschen schwierig, ne? Haha! Ja! Nur mal so, wir müssen irgendwie an Saplinge kommen! Ja, deswegen sag ich ja, wir müssen Bäume fällen und so und so! Also ich bin hier... Das ist ja hier nicht mehr schön! Bist du beim Rauskommen? Ja! Da bist du ja! Also ein Baum haben wir hier! Ein Baum, den du gerade umhust! Nein! Da! Da ist er! Wollte ich mir nochmal ein... Hier auf der anderen Seite ist auch nix! Irgendwas räuchnet mich doch hier die ganze Zeit an! Ist doch ganz irre! Ja, da unten auf der anderen Seite, da stehen die rum! Okay! Na, ich hab das echt böse jetzt gewonnen, das Spiel! So, aber dann lass uns mal weiter... Warte mal, war doch unten eine Straße in der Nähe! Im Süden ist eine Straße! Im Süden? Dann lass uns mal gucken... Im Süden? Im Süden von uns! Ich weiß noch nix! Jenny müsste das auf dem Schirm haben! Im Süden? Da! Ja! Dann lass uns... Südlich von uns! Vom Fleck! Ja, da ist eine Straße! Woa! Geh nicht runter! Nix gut! Geh runter besser! Wo ne Straße ist, da müssten wir auch was finden! Ich mein, die Höhle ist ein bisschen weit vom Schuss, aber vielleicht können wir uns da trotzdem... Ich glaub, Hunting-Greifer-Book ist, hab ich gelesen! Ähm... Ich hab... Ne, doch nicht! Hallo, mein Kleiner! Lass sie jetzt! Komm, Fleck! Warum wird eigentlich immer nicht abaktiert wegen den Scheiß-Zombies? Ja, ich bin gleich wieder tot! Leg dich jetzt nicht mit denen an! Fällig! Ja, geil! Haha! Ich bin ja unterwegs! Ich bin ja unterwegs! Ich laufe! Ich eile! Ich fliege! Na gut, ich mein... Oh, hier ist noch ne Höhle! Was? Hier! Hier, Flaggy! Nicht, dass sie selbe ist! Nein! Ist sie nicht! Hier! Noch ne Höhle! Come on! Komm mit! Wisst du an, was mich diese Folge jetzt gerade erinnert? Was denn? The hills have eyes! Ja, magst du das bitte erklären? Ihr kennt das nicht? Nee! Das ist das... Die finden so ein Höhlensystem, also so in Amerika natürlich, und äh, da wohnen so Hillybillys degenerierte, die Menschen fressen und äh... Also, das ist im Prinzip die Hauptangst der Amerikaner. Hillybillys, die sie fressen wollen, glaub ich, oder? Ja. Ja, ja. Ich kenn ihn nicht. So viel kann ich euch sagen. Ich kenn ihn nicht. So viel kann ich euch sagen. Ich glaub, das ist eine Höhle... Oh! Wie kommt man denn hier durch, sagt man? Die ist ein bisschen kleiner, ne? Schnuckeliger hier das Ganze. Ja, aber da ist ein Zombie. Treff den nicht. Sag mal, da unten ist doch irgendwas untouched. Ach ja, der hat mal eben ne Magnumzylinder dabei. Ja. Das Monster? Der zum... Ne, hier unten war was drinne, da im kleinen Loch. Wir haben noch ne Höhle gefunden. Ähm, ein Stück südlich von unserer... Aber ich glaub, wir sind hier fertig, oder? Ach ne. Ne, guck mal hier. Was ist denn das für ein Stein hier? Ich weiß auch nicht. Das ist Sand, das ist Erde, glaub ich, ist das. Komm hier nicht lang. Doch, das schaffst du. Ach du Scheiße. Hä? Ich bin irgendwie bescheuert. Fleck, ich geh hier nicht ohne dich lang. Wo denn? Da willst du runter? Vorsicht! Hinter dir! Ich bin bescheuert, ich find euch nicht. Ah, das ist ja auch ganz unscheinbar in so einem kleinen Fels drinne. Oh! Oh, Fleck! Wir haben die nächste Höhle. Fleck! Hahaha, hier die nächste Höhle. Das ist ja... Hier kannst du ja 30 Milliarden Häuser reinpacken. Oh Gott, ist die groß. Aber wir sollten wieder raus. Wir suchen ja eigentlich ganz andere Dinge, oder? Auf! Wom geht denn jetzt? Die Striebe auf mich los! Ich weiß auch nicht. Pff. Okay, du hast ihn. Ja, weiß ich wo ihr seid. Komm jetzt mit, Fleck. Wir gehen jetzt, aber wir müssen raus zu Jenny. Ach, das ist Wasser! Das ist Wasser, Fleck! Okay. Es ist Wasser. Alles klar. Jetzt ist es wirklich wie dieser Gruselfilm mit der Höhle. Ich will aber irgendwie nicht ins Wasser. Willst du uns mal ins Wasser? Nein! Geh mal rein! Wir wollen jetzt nicht Höhlen tauchen. Geh mal jetzt ins Wasser. Ich seh hier drin gar nix. Hier kann man nicht tauchen, das ist hüfttief. Okay. Das ist ja total creepy. Komm mal her! Komm mal her! Da-dum! 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 Alter, geil! Auch mit dem Hut. Flak, das ist total creepy. Komm, wir müssen hier weg. Doch, hier. Raus! Wir müssen zu- wir müssen zu Jenny. Aber wir haben.. Es ist so ein pestschwarzes Wasser.. B'aah. Hä? Ich schick. Warte, 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 ich hab kein Licht. Warte! Aha! Flak! Bin da, bin da, bin da. Ich seh euch nicht. Wir kommen raus. Wir sind unterwegs. Was? Wo müssen wir lang? Eigentlich da oben. Äh, wir kommen raus ist so leicht gesagt, weil... Warte mal, wo sind wir denn hin? Ja, eigentlich da oben. Da. Aber wie kommen wir da hin? Scheiße. Da ist es ja toll. Wir kommen hier nie wieder raus. Ähm... Warte, dann machen wir... Ja, warte. Haben wir was zum Bauen? Nee, ich hab was zum Bauen, warte. Was hast du denn zum Bauen? Das ist ja toll, jetzt hängen wir hier in der Höhle fest. Ich krieg die Krise. Sollten wir jetzt schaffen, oder? Komm. Ihr macht mich wahnsinnig, ich weiß nicht wo ihr seid. Wir sind ja unterwegs. Wir kommen jetzt raus. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Gleich ist gut. Hier wird irgendwer geknuspert. Wir sind gleich da. Kann man sich an den Stalaktiten Nieten aufhängen? Stalaktiten? Nieten? T-T-Titen? Was? Ich hab das schon bei einigen Downstar-Folgen erwähnt. Das ist einfach leicht zu merken, wisst ihr denn das? M? Ich merke mir das immer mit dem... Was hängt drunter? Ah, Titten. Ja, aber das... Keine Ahnung. Also ich merke mir das nicht über das T wie Titten. Ich merke mir das T, das hängt halt mit dem... Also das T oben hängt halt an der Decke. Und das M steht auf dem Boden. Verstehst du? Weil man schreibt und so. Alles klar. Voll easy. So, jetzt sind wir draußen. Wir sind da. Puh, da seid ihr. Alter Finne. So, Fleck. Wir wollten in den Süden. Komm. Warte mal. Da müsste sie sein. Da ist sie da. Jenny. Jenny. Da drüben ist die kleine Höhle. Hier bei diesen drei, vier Steinchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Kinderblocks. Ja, da drüben sind da welche. Da geh ich jetzt auch hin. Nehmen wir die da? Das Wasser sieht wenigstens auch einladender aus als das, was wir da in der Höhle hatten. Das in der Höhle ist aber ein Bergsee, der ist sauberer. Da hast du vollkommen recht, aber der war pechschwarzer. Weil das Wasser auch verdammt sauber aus ist, wenn die untertaucht. Ja. Man kann kilometerweit sehen. Wie ist denn das hier eigentlich mit der Zivilisation in Seven Ways? Äh, und? Das kommt doch so vorne und hinten da nicht hin. Wo? Ich hau ihn. Oh, 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 oh. Nein. Ich hau ihn. Ich habe mir das Bein gebrochen. Komm raus da. Jenny, sag mal, machst du eigentlich wieder einen Counter? Jetzt bin ich noch am überlegen, ob ich es wieder machen soll. Ja, dann hast du jetzt schon mal den ersten Beinbruch. Und das war nicht her für Flash. Ich wollte gerade sagen, ich war es nicht. Kann mir mal einer sagen, warum der Zombie leuchtet, äh, qualmt? Ja, ich sag doch, es gibt so einen Leuchten. Oh, Flag, bitte hilf mir. Nee, bitte. Oh, Mann. Aber du hast ja jetzt, du hast doch einen Schlafsack. Es wird alles gut. Könnt ihr mal meine Sachen mitnehmen? Da war ein Bogen und, ähm. Komm her, Hund. Was hat denn der Hund? Der Hund hat die Panik. Der hat die Panik. Jetzt habe ich noch nicht mal eine Fackel. Oh, ich kriege mal auf die andere Seite. Lass es noch mal aussehen, ne? Das ist ja unglaublich. Cooler. Mein Gott. Der will auch nichts von mir. Ich komme hier nie raus, weil es einfach so dunkel ist. Alles okay. Oh Gott. Hast du mich erschrocken? Soll ich deinen Rucksack jetzt mitnehmen? Ja, nimm mal mit an den Bogen jedenfalls. Das Problem ist, ich finde ihn nicht. Ah, Hund. Ja, wenn, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und? Meiner wäre schon schlimm. Den ja auch noch ganz am Anfang. Mich nervt das gerade, dass wir nichts haben im Endeffekt. Kein Baum, kein Zeppling, nichts. Ja, dann Jenten. Jenten? Noch nicht. Noch nicht. Das bauen wir uns auf. Komm her. Im Süden, ja. Okay, gut. Dann gehe ich da jetzt auch mal hin. Ha, ha, ha. Ich bin der große weiße Jäger. Ha, ha. Au. Ich bin voll stolz auf dich. Au. Oder so. Warum stinke ich? Warum stinke ich? Ist das nicht normal? Nein. Ich bin der große weiße Jäger. Plup, plup. So. Ich warte nicht auf euch, ja. Geht ihr wieder her? Ja, ich bin da schon auf dem Weg. Der Herr. Nur nicht so viel Müdigkeit vorschützen hier. Kommt, kommt. Müdigkeit? Ah! Zombie. Gut schon. Das ist, das ist nicht schön. Doch, doch. Ich würde mal sagen, ich habe alles unter Kontrolle. In meiner eigenen Welt, die ich angespielt habe, um herauszufinden, wie es läuft. Läuft es besser als hier. Ja, ja, da bist du... Ja, das ist doch, das ist doch immer so, Jenny. Kaum ist der Flag mit an Bord, dann geht hier die, das Schiff unter. Gar nicht. Ich mache das hier alles alleine. Guckt mal hier, was ich für ein Zombie-Killer bin hier. Ja. Alter, voll der Pro-Man, der Zombie-Pro. Wir können mir gar nichts hier. Hier sind, was ist denn das hier? Wir haben aber noch kein Zeichen von Zivilisation gefunden. Ja, das ist richtig. Außer die Stadt. Also, wir haben schon... Wir haben die Stadt gefunden? Ja, wir haben die Stadt gefunden. Ja, hab ich doch... Ich habe die gefunden, ja. Dann lasst uns... Bist du wahnsinnig? Ja, die... Nein. Nein. Das solltest du jetzt noch nicht machen. Da gehen wir nicht hin. So, ich habe sie alle erlegt hier. Alle. Klick, du bist irgendwo da drüben, ist das richtig? Wieso bin ich dann so weit vom Schuss hier wieder? Ohhhh. Also, man kann sagen, ich bin hier. Ja, ja. Das ist schon klar. Ich bin definitiv hier. Oh, was ist das für ein Nebel? Was? Gar nicht übertrieben hier. Bist du im falschen Zeitfenster? Ähm, Jorl, ich habe jetzt deine Sachen mitgenommen. Gut, ist okay. Ich bin ja nicht weit von euch entfernt. Sag mal, aus dem Zombie ist gerade ein Schleimhaufen geworden. Was ist das? Kannst du kaputt machen. Also, diese neun... Diese neun Bäume sind so verwuchert und so. Das sieht schon stark aus. Geh doch mal tot. Am Tag sind die eigentlich recht entspannt, die Herren. Jaja. Wenn du das sagst. Ja. Ich habe das... Oh, Munition! Ah, ich brenne! Ich brenne! Nein, ich brenne! Ähm... Du brennst denn jetzt? Was? Dieses Löcheln. Ich habe gebrannt. Warum? Ja? Passt auf, diese Burn Zombies, die stecken euch im Brand. Oh. Leckt mich am Arsch. Hoi! Hoi! Geil. Ich habe es vermisst. Ich muss ja schon zugeben, ich habe es ein bisschen vermisst. Ja. Habt ihr Seven Days auch vermisst? Was ist denn schon, ne? Ich habe ja dann irgendwann schon fast halber wieder angefangen. Ja? Hier ist die nächste Höhle! Hier direkt am Ufer. Dabei wollte... Dabei wollte Flaggy uns gar nicht mehr, ne? Ja, deshalb haben wir ja dann heute Schmerzen auf Fisch stellen müssen. Also... Kommt ihr dann jetzt nochmal her hier? Ja, ich wollte meinen Rucksack holen. Hab ich Seeds? Hab ich Seeds? Nein, hab ich nicht. Gesundheit! Äh, Gesundheit. Da hinten brennt auch so ein Zombie, ey. Oh, nein. Hier, da, guck mal, die nächste Höhle. Da unten, guck mal. Ja, ich muss die Fackeln und so holen. Warte, ich komme, ja. Ich komme. Dann geh die Fackeln holen, ich gebe dir Geleitschutz. Bitte... Vorsicht! Oh! 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 Oh, da ist eine Sumse. Oh Gott, sie nimmt den Kurs auf mich. Ah! Hab sie auch schon gesehen. Oh! Nein, 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 nein! Bitte, bitte nicht sterben. Nicht schon wieder. Alter, wenn das für den Arsch... Hier! Bei euch ist... Gibt's doch nicht. Bei euch ist kein Nebel, ne? Geht mal 10 Meter nach da, da habt ihr Nebel. Ja, ja. Da ist... Wo ist die Höhle? Weil ich hab hier nen Hund. Hilfe! Oh! Komm her, komm her, komm her, komm her. Meiner, meiner. Alter, wieso sind die so viele Hosen? Komm doch mal her, komm her, komm her, komm her. Ich mach her. Oh Gott, ich blute, ich verblute. Jetzt sterb ich. Nein! Wie macht man sich Verbände? Ah! Alter! Das geht nicht. Leute, Leute, kommt da weg! Das sind Massenzummis, kommt da weg! Flecki! Ja, ich sterb sowieso. Ich verblute nämlich. Nein! Wenn, dann sterb ich im Wasser. Lalala! Schnell aussortieren hier. Aussortieren! 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 Ich kann nichts machen, hier. So, aussortieren! Ein Jenny Loch! Aussortieren! Ach, das ist ne Höhle, ja. Aber da geh ich noch nicht runter. Guck mal, wie schnell die ist. Guck mal, wie schnell die ist. Guck mal, wie schnell die ist. Ja, das ist ja praktisch. Ich bin überirdisch gespawnt. Was willst du mir jetzt sagen, Jenny? Mit E dringend. Fuck you, ich bin auf dem Boden. Ich kann mir keinen... Ich soll das machen, oder was? Soll er jetzt reingehen? Geh doch nicht rein, das ist mir noch zu steil. Oh, gut. Kommt alle zu mir auf meinen Channel! Ja! Achso. Ne, wir sind gleich da. Ach du Scheiße. Oh! Wow, 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 wow. Ganz ruhig bleiben, Dinger. Ganz ruhig bleiben. Was ist das denn da? Wer steht denn hier? Ach Jenny. Jenny, da kommen Zombies. Ja, ich weiß. Unter anderem brennen die Zombies. Ja, nehmen wir dich vor, den wir wachten, ey. Wollen wir jetzt weiter zu der Straße? Die ist nämlich da hinten. Ich bin jetzt hier in der Höhle. Was machst du da drinnen? Komm raus da. In deiner Höhle. Komm raus da. Nein. Warum? Los, komm mit rein hier. Ja, ey. Nein. Höhlenforschen. Ist doch was. Ach, da ist schon wieder Wasser. Voll cool. Leg mich am Po. Das ist hier Stockwerk. Alter, ich will das nicht. Artig. Bist denn du? Da bist du. Ne, das bist gar nicht du. Voll unheimlich. Ich glaube, wir sind in der falschen Höhle. Ich glaube, wir sind in der falschen Höhle. Hilf mir! Ey, Jolle, Mensch, wie geht's dir so? Ich geh für raus, Jared! Das ist die falsche Höhle. Ach, wie geil ist das hier. Es ist 14 Uhr. Jenny, ich bin wieder oben. Ja geil, die sind massenweise Zombies. Die falsche Höhle. Das hier ist auch ein Schwein drin. Ein Albino-Schwein. Oh, oh, oh. Hier ist einer zu Erde geworden. Das ist nicht mehr... Das ist außerdem ne Horde. Wie gerade man immer so schön sagt, steckt mich am Arsch, Leute, ich geh jetzt nach Hause. Hilfe! Das Ding ist, ich würd ganz gerne mal die Sachen irgendwo lassen, dass man Platz im Inventar hat. Vor allem, Jolle, wir stinken immer noch. Ja, wir können das ja dann mal am nächsten Tag probieren, aber jetzt wird's wohl sein, glaube ich, auch schon. Hilfe! Ich bin in einer Höhle, in einem See und ich seh nichts. Boah, ich fleck ihn. Okay. Fleck. Also bei mir sieht man sogar im Dunkeln noch ein bisschen was. Also wahrscheinlich habt ihr nichts gesehen, aber... Warte mal, wo ist denn die Höhle? Hier, oh. Ich bin vorbei. Hilfe! In welche Höhle bist denn du rein? Wie soll ich denn da oben raufkommen, sag mal? Ich weiß ja gar nicht, wo du bist, ich bin schon lange wieder zu Hause. Ich bin hier in so einem Höhlenloch, keine Ahnung. Ich bin in einem Höhlenloch. Ich muss meinen Rucksack holen. Oh Gott. Also, alles auf Anfang. Wir treffen uns bei uns zu Hause. Ja, finde ich eine gute Idee. Ich treffe mich da, indem ich einfach mal tauche und keine Luft mehr habe. Ah ja. Du machst dir das also so einfach? Ja. Ich mag das. Ich mag hier quasi. Oh, die folgen mir hier immer noch, ne? Die Schweinenasen. Wir haben es aber auch erst 14.45 Uhr. Prinzipiell schon, aber bis ich diese Zombies hier genutzt habe, geht die Sonne unter. Das ist dann wieder nicht so... Ich schaff's nicht zu sterben. Selbst das kriegst du nicht hin. Sind sie blöd? Was soll das nur werden? Becraften. Ach, da unten sind sie. Ich geh einfach zu den Zombies. Die stehen hier nämlich alle auf dem Boden rum. Hihi, ha ha. Hoho. Hui, hallo? Okay, das ist irgendwie Holz hier. Hallo, ihr kleine Rocker. Aua. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich spawne on my bed roll. Mhm. Oh Gott. Was für ein Chaos. Da kommen noch ein paar an übrigens, ne? Das ist jetzt nicht so... Warum bin ich alleine zu Hause? Weil ich oberhalb bin nur ein bisschen heulsam, um irgendwas zu craften, aber aus Stickies kann ich nichts craften. Wir haben jetzt Pfeile. Ich glaube, wir müssen auch, äh... Ja, kommt hin mit der Folge. Ich glaube, die Folge ist zu Ende. Um Gottes Willen, das ist ein Chaos. Ich finde hier nicht mehr raus. Flaky findet nicht aus der Höhle raus. Joana hat Zwangs am Arsch und ich versuche Holz zu organisieren, damit wir mal irgendwas suchen. Und ich sage bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis denn. Was sagt ihr? Tschüss. Tschüss.